hallo und willkommen zurück zu den lego star wars hier im freien spiel aha da ganz oben okay gut zu wissen das wird aber auch irgendwo ganz hoch es ist ja witzig aber du möchtest auch derselbe sein nein das war nur der erstbeste blaster charakter gekommen ist naja direkt danach kommt er hier danach aber du warst schon danach du warst schon bei dem du warst schon so weit gegangen er hatte war es mit meinem linken zeigefinger gedrückt und nicht mit meinem rechten also aber ich hab dich doch vielleicht gern das glas da oben treffen vielleicht geht es auch nicht wir brauchen hier die macht ignorieren wir die kugel ja wir müssen das ja manchmal das zusammenbauen wir wahrscheinlich hoch springen können ja jetzt da rein ich meine sich ja ich glaube da waren wir ja da scheint nichts zu sein das wird ja irgendwas leuchten also da geht es jetzt weiter aber ich bin mir nicht sicher auch nicht unten noch was ja gleich jetzt stecken wir die zwei roten dinge warte mal da ist ja noch was ja weil das der weiter weg ist die stecken wir jetzt in diese kugel ja okay gibt es nicht wofür sind die zwei roten dinge dann über die sind einfach nur die blockieren das halt fertig da gibt es nicht mehr dazu zu sagen er wird ja wir bekommen was da oben war oder er die haben wir bekommen wieder überhaupt nichts oder ja nur ganz oben war was aber das hatten wir und da war auch eins aber das haben wir auch genommen wir haben einfach schaden genommen sind einfach ein torsprung müssen wir sowieso weiter ja genau habe ja gesagt das ist der weide weg den gleichen jedi keine sorge ja wir müssen beide einer sein so schnell sonst ist okay zwei stück ok ja hier oder drei alle drei super einig ist einfach es sind genau drei ja okay habe ich nicht erzählt dies wird dann gehen wir dahin wo die pfeile sind alle auf der seite der ist weiter vorne er ist hinter der scheibe wie genau macht man ich habe ich vielleicht hat das damit zu tun ja hier die ja ist hier gut genau das ist nun das ist rote macht und naja schau mal ob du da drauf gehen kannst oder ist da was wenn du mit wie gesagt doppel kannst oder so der eine scheint komplett nutzlos sind anscheinend nur plattform wird trotzdem mal aus waren spiel warum hast du dich geschlossen das sollte ist ja ich bin wieder hier ja ich bin wieder hier ich ignoriere gerade den gegner Was ist denn schon wieder dein Problem? Mein Gott, du immer mit deinem Hunger Ah, okay, das war meiner Okay, was ist hier oben? Auch nur Geld Okay, wo sind die Schalter, wenn du die gehst? Hm, hm, hm Hm Ah stimmt, wir sind da hoch wahrscheinlich Und hier natürlich So, Schalter Nummer 1 umgelegt Test, Test, ah ja, ich bin an Ja So, wer braucht schon das da? Gut Äh, ja Hast du schon was erreicht ohne mich? Hä, ja Ja Hast du eigentlich mir die Kinder Ich habe schon eingesammelt, während du hier drin warst Die anderen zwei Ich bin anscheinend nicht aufgefallen Nö, ich habe aus dem Fernseher geguckt Aha Ja Sonst ein extra Ton H Okay, ja Also wir müssen jetzt hier hoch Also da drauf Das schaffe ich nicht Äh, ja, das muss unter Umständen Grievous sein Äh Äh, was zuhört war das denn? Ja, du hast nach hinten gedrückt, wie scheint Äh, wenn du das meinst Die Kamera ist nicht so Okay Komm hier rüber Gut Äh, ja Da ging der zweite einfach nicht mehr Geh ich mal weiter Äh Kann man das noch irgendwie drehen? Ah, okay, falscher Button wieder Ah 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 Alter Wieso ist mein Charakter denn nach vorne gegangen? Ja, weil der Charakter weiter gedrückt wird Ja, also aber Aber du bist ja aus dem Frame gegangen Also warum ist mein Charakter auch gedrückt worden? Einfach beide Das Spiel wollte einfach gar nichts mehr Das ist halt einfach, weil wir halt zu weit voneinander entfernt sind Im Endeffekt Weiter ist das Spiel, dass du wähl Äh, warte mal, ich nehme den da Ach Okay, so kommt man endlich über diese Kackwand So Und Mit Ähm Dem da Müsste das eigentlich ausgehen, ja Machen wir das hier auch noch aus Keine Ahnung, was dann Noch passiert Ah, das war eigentlich nur Geld gerade Ja Ach, gerne Wo ist denn dann die letzte? Warte Warte War da auch was dann kaputt war Ist dir das jetzt mit dem Geld bitte endlich egal? Nein Ist mir nicht egal Gibt's überhaupt noch was, was du kaufen kannst, außer die zwei Sachen, die wir mit Code freigeschaltet haben? Ich bin ja froh, dass die immer noch da sind Ich bin ja froh, dass die immer noch da sind Also die sind nicht weggegangen mit Neustart Ja, weiß Okay, ich denke mal, dass das dafür sorgen wird, dass wir eins kriegen Er bewegt sich jetzt darüber Ja, okay, aber da war ich eigentlich Ah, aber siehst du So soll das funktionieren Ja, aber ich meine, ich war, ja, also ich musste das machen, um hier rüber zu kommen Also Bitte was? Äh, ja gut, dann weiß ich nicht Aber es fehlt noch einer Der muss ja dann eigentlich Ja, aber ich soll das jetzt helfen, ist das noch weiter oben? Ist der da ganz oben? Wahrscheinlich Scheinlich Ich meine, das Ding ist ja jetzt noch weiter hochgegangen Ich bin an dem scheiß Tal hängen geblieben, das steht da auch so richtig blöd im Weg Mhm, so ging's mir gerade auch Der Controller hilft mir ja gerade auch nicht So Okay Jetzt kann ich aber einfach hier Vorbeifliegen Ja, jetzt sieht's einfach aus So, Grievous Das war's Das vorletzte Level Von Episode 3 Lenk sie ab Ja, ich hoffe, der im PC macht seinen Job Scheinbar Der muss dafür nicht ins Bild Ich glaub Ich glaub, ein Gegner zu weit, aber vor allem ist, schießen sie auch nicht auf einem Mhm Also, ja Jot Das machen wir da im nächsten Part, wir werden nicht vergessen und ciao Tschüss